Wunderschöne Ruhe. Müssen wir jetzt auch, ich mach jetzt mal ein Video. Das ist erstaunlich, wie nah wir weg waren von, wie schnell man mögen sieht dann, oder findet. Deswegen ist diese Rundrennerei in diesem Tag immer so eine Sache. Also dieses Gegenlicht ist manchmal schlecht, weil da wird der Löwe quasi von hinten angeleuchtet und du siehst die Silhouette auf jeden Fall hell angeleuchtet. Wir müssen halt ein bisschen warten jetzt und das hat überhaupt keinen Sinn. Ich hab das mal markiert, wo der Löwe ist. Meinst du, dass heute Abend immer noch da sein wird? Ne, was die jetzt machen, wenn die Sonne zu hoch geht, ne? Die verschwinden dann irgendwo unter dem Baum. Und dösen dann den ganzen Tag vor sich hin. Und die beiden, die sind nicht in Jagdstimmung. Absolut nicht. Dann ist nämlich eben gerade mal ein Impala hinter ihnen vorbeigesprungen, ne? Die haben nicht mal hochgeguckt, ne? Und das hier herfahren. Na gut, dann haben wir beide recht, ne? Ja. 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 Vielen Dank.